Also, komm, mach, fang an. Und nehmen wir mal die Haltung an, die richtige Tischtennishaltung. Winkelstellung, komm. Jawohl, schöner Ball war das jetzt gerade. Und denken an eine Winkelstellung. Sehr schön, ja. Jawohl, super. Wenn man mal auf die Rückhand. Gut, noch ein bisschen bewegen. Wenn der Ball mal mehr in die Mitte kommt, hinlaufen. Jawohl, super. Das ist Ball-Eimer-Zuspiel-Training. Okay. Okay. Vielen Dank. week-end.